Morpheus Morpheus Gott der Träume Er gibt dem Menschen einer der wertvollsten Urteile Ob wir schlafen oder wachen Morpheus kann immer in unserem Geist eingehen und auch die Beschwürden auswirken die uns von der Wirklichkeit befreien Er ist ein Sohn von Hypnose der uns geschlafen hat indem man mit ihm mit den Klübertischen und ein Netzer des Intakters des Dolphins und eine gute Macht Die ganze Familie ist dem Menschen vorangestellt und jedes Familienmitglied träumt uns auf seine Weise Erleichterung, Schmerzen von 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 Danke, danke, danke. 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 Danke, danke.